So, hier haben wir einmal die Welpenbande von unserer Pflegestelle Camilla. Hier stellen wir euch einige vor, auch noch die ganz ganz kleinen. Wie man hier sieht, so ganz halbe Portionchen. Ja, die kurzen, die freuen sich gerade über Leckerchen und neues Spielzeug. Und sind natürlich alle ganz hellauf begeistert. Alle, alle, alle. Diese Wurst, diese Wurst. Die beiden. Die Bödinger. Die Bödinger. Alle, alle, alle. Tschüss. 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 Ja, ne? Du konntest alle einpacken. Ja, das ist der kleine Kugel. Der Name ist Programm. Ja, das ist der kleine Kugel. Und das ist Kümels Schwester Cary. Das ist schüchtern. Soll ich sie mal von meiner Seite. So, das ist die kleine Kugel. So, das ist die kleine Kugel. Musik Hopfen. Musik 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 So, das ist einfach die kleine Tampen. So, das ist einfach die kleine Tampen. So, der gestromte kleine Kerl, das ist der Flint. Und der andere, der hier noch oben hockt, das ist der Tommy. So, das ist ein bisschen Fotoshoi. So, das ist einfach die kleine Tampen. 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 So, das ist einfach die kleine Tampen.